so weiter geht's schlaf von bodorowka da gehen wir mal hier drauf war schon gekillt perfekt so auch hier das war richtig ach ja jetzt versteht ja macht sinn macht sinn und wieder ja jetzt noch mal gucken was hier machen da ist noch ein panzer gut aus so 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 ist hier noch was ja hier hin hier hin hier hin ich bin hier gerade drüber gesetzt, ach, da sehe ich es gerade aber eigentlich komm her dann du mal da ist doch gut also die arterie müsste ja eigentlich weg und dann könnte man das hier so machen ja aber so wie schaut es hier aus du hast ihn runtergeklappt ja komm da va so dann hm ok gut die machen das hier oben ganz gut passt da unten scheint aber auch nicht mehr viel zu sein jetzt die überlegung äh hier Panzer rein zu schicken harte lorien dann hier die Panzer rein hier ab kann ich den Jäger eigentlich hier abziehen machen wir noch machen wir das hier das hat jetzt äh ne gar nichts komm erstmal hier hin weil die haben das da eigentlich ganz guten überraschung luftwaffe ab wieder wo war der hier ne ja 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 wir sollten das an dann die das sind im so Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wenn du denkst, da ist nichts mehr, kommt die nächste... Ach, Scheiße. Oh, dass der da so frei steht, kann ich gar nicht hier hin, hier hin, hier hin, hier hin. Ah, ich hab oben... Der Bokit hier, wo die Dien... Äh, der Bokit... ...kann den Tremann. Oh, das ist... Oh, das ist... Die Linie hier lassen wir auch mal stehen, weil die ist gar nicht so verkehrt. So, dann kommen wir zu dem Team. Naja, du sollst ihn eigentlich nicht killen, ist egal. Mal gucken, vielleicht gehen wir. Ich weiß nicht, aber das ist eigentlich uninteressant. Wir könnten vielleicht, ja, wäre machbar. Wir können hier hin und können die vielleicht hier ein bisschen sogar unterstützen. Ich bin überrascht, dass der nicht feuert. Ich bin froh, dass er nicht freut, aber ich bin... Okay. Oh, es ist echt zum Brechen. Also Luftwaffe ist hier echt übertrieben. Also die Luftwaffe ist hier abartig übertrieben. Ja, ich hätte meinen Maul halten sollen. Ja, die Luftwaffe ist ja hier echt abartig übertrieben. Ja hin. Ja hin. So, dann schicken wir die Partilorie hier hin. Kanzlerabwehr hier hin. Kanzlerabwehr hier hin. Partilorie hier hin. Untertitelung des ZDF, 2020 Und nur über Er kriegt ihn nicht gekillt, stimmt nicht Doch, er kriegt ihn gekillt, ja geil Ne, da ist jetzt Das hier wichtiger Bumbe hier weg Sehr gut Hier hin Ah, die Faltinger sind schon Versteh ob es gehen wegen sowas wir gehen wir können uns hier wirklich hier hin hier hin ich ahne schon was das ist der ist immer noch nicht tief das macht mir dann doch ein bisschen Sorgen weil die immer noch nicht da ist das ist das ist das ist das ist das ist das ist du scheiße wie ist denn das passiert hat der gerade schaden gemacht dieser scheiß die scheiß kartusche ich habe das scheiß ich gehe hier richtung ging du kannst schon mal hier hin und da haben wir eine artillerie deswegen wird die artillerie hier schon wichtig sein ich gehe jetzt hier hin so dann wenn ja vergisst du das klappt irgendwie nicht so wie ich das vorgestellt habe okay die schlafen wurde hofft das wird böse und die stadt wird wohl böse und ein nichts mehr steht aber wir werden sehen ja ja und die sind stark gehalten ich habe Das war es nicht so gut, aber das war es nicht so gut, aber das war es nicht so gut. Wir hätten diesen Apfel beißen müssen, ne? Na, Stuka kriegt das Ding weg, fast. Boah, da macht der damit mal richtig Spaß, ey. Da ist nicht mehr, ist mir scheißegal, können wir jetzt mal richtig freuen. Drauf und drauf und drauf. Jawoll. Weg. Ich rühre hier hin. Okay. 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 Ich weiß noch nicht wie ich da rein will. Ich plack weg und da mit der Luftwaffe rein. Ja, wäre eine Überlegung. Flack weg und mit der Luftwaffe rein. Okay. 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 Ich bin sicher Pionier. Ja, moin. Ja, das wird ein Spaß. Hinter rauszukriegen. Ich bin sicher. 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 Der ist die. nein, ich bin sicher. oder irgendwas? Da ist die 5. Das ist. ok da ist jetzt wenigstens da ja da wenn man die luft auf jeden fall brauchen das wird also auf jeden fall kann sie am besten gleich mit ja jetzt darüber ja ich krieg da jetzt gleich ganz böse probleme dann kriegst du so ein scheiß gegentreffer es kommt dann noch erschwerend hinzu naja hätten wir doch wohl geschossen ok kommen wir hin aber er wartet noch die runde bis ich meine luftwaffe da hinten jetzt gleich springt der panther muss auch hier raus jetzt unterstützt ja darauf kannst du ruhig schießen habe ich nicht wo 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 ich würde sagen das große finale ist eröffnet das große finale veröffnet und wie das ausgeht das sehen wir beim nächsten mal und dann geht es um die entschlaft von bodorowka bis dann und ciao